Ja, herzlich willkommen zu diesem Video auf YouTube, auf meiner Plattform Einfach Online Marketing. Mein Name ist Joschi Haunsberger und ich werde dir hier auf dieser Plattform und habe dir bereits viele, viele Videos gezeigt, die meine Profession, nämlich das Online Marketing, unterstreichen. Es sind sehr viele Tutorials dabei und es sind sehr, sehr viele Tipps und Tricks dabei und Hacks. Also wenn du auch mehr wissen willst über Online Marketing, über Affiliate Marketing oder über das Geldverdienen im Internet, dann rate ich dir, diese meine Plattform, nämlich einfach Online Marketing zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und mir vielleicht für dieses und für andere Videos ein Like da zu lassen. Das würde mich natürlich riesig freuen. Zu meiner Person, du weißt es, mein Name ist Joschi Haunsberger und ich bin seit über 15 Jahren mittlerweile im Online Marketing. Ich mache Affiliate Marketing, bin bei den meisten Affiliate Wettbewerben immer unter den Top 10 dabei und bin außerdem über 30 Jahre als Journalist tätig. Und heute in diesem Video möchte ich dir die besten Affiliate Plattformen erklären. Ich erkläre dir die Plattformen, bei denen ich angemeldet bin und die ich dir nur wärmstens empfehlen kann. Dieses Video ist Stand heute. Es kann sich aber durchaus ändern, denn dieser Markt ist sehr, sehr vermischt und im Aufbruch und es kann sich durchaus was ändern. Dann werde ich natürlich dieses Video ergänzen mit einem neuen Video. Jetzt aber erstmal zu meinen Top 5 Plattformen, die besten Affiliate Plattformen erklärt. Und beginnen möchte ich mit dieser Plattform, nämlich Affiliacom. Warum möchte ich mit Affiliacom beginnen? Das muss ich sagen, hat natürlich auch einen kleinen Hintergrund bei mir. Ich war zuerst immer sehr, sehr eng verbunden mit einer anderen Plattform, zu der wir gleich kommen. Aber bei dieser Plattform hat es einige Geschichten gegeben, die nicht so ganz rumgelaufen sind. Und deshalb habe ich mir gedacht, such dir eine Plattform mit einem perfekten Support. Und wenn ich diese Plattformen hier gewichten sollte, würde ich Affiliacom auf jeden Fall als meine Top 1 ziehen, beziehungsweise als eine Plattform, die ganz, ganz vorne agiert. Was kannst du mit Affiliacom? Du kannst in Affiliacom nicht nur verkaufen, wenn du ein Vendor bist. Und das kommt mit dazu bei mir. Ich bin Affiliate, aber ich bin auch Vendor. Und daher kann ich die Plattform Affiliacom absolut empfehlen. Also unter affiliacom.net findest du alle weiteren Informationen. Affiliacom.net Viele meinen, dass die nächste Plattform, die ich euch vorstelle, die erste Plattform im deutschsprachigen Raum war, nämlich Digistore, was aber nicht stimmt. Die erste war diese Plattform Affiliacom. Damals hieß sie noch Affilibank. Hat sich dann umbenannt in Affiliacom. Ich kenne den Betreiber, wie ich die meisten Betreiber kenne, dieser Plattformen. Daher kann ich auch sagen, ja, diese Plattformen sind absolut zu empfehlen. Und die besten Affiliate-Plattformen möchte ich euch hier erklären. Also Nummer 1 ist für mich Affiliacom. Und du findest hier zum Beispiel im Marktplatz alles, was du wissen musst. Du weißt, wie viel Provision du bekommst. Du weißt, wie viel Einkommen du generieren kannst. Du kannst hier mit diesem Button die jeweiligen Produkte bewerben. Du bekommst dann einen Affiliate-Link. Und du siehst, diese Plattform, dieser Marktplatz bei Affiliacom wird immer mehr und immer größer. Und viele Produkte sind hier drin, die, ja, den Fettverbrennungsofen zum Beispiel oder die 2-Wochen-Diät, die sich mit Abnehmen beschäftigen. Aber auch viele, viele Produkte sind hier drin, die sich mit dem Geldverdienen beschäftigen. Hier zum Beispiel Affiliate-Marketing für Neueinsteiger ab 50 plus, 100% Provision. Ich kenne den Herausgeber ganz gut. Und ich weiß, das ist ein gutes Produkt, das man gut bewerben kann. Also für mich absolut top und absolut ganz vorne zu finden Affiliacom. Wenn du also eine Plattform suchst, mit der du Geld verdienen kannst, empfehle ich dir Affiliacom. Meine zweite Plattform, mit der ich jahrelang gut gefahren bin, ist diese hier, nämlich Digistore24. Digistore24 ist nach Affiliacom die zweitälteste Plattform im deutschsprachigen Raum für deutsche Produkte. Aber Digistore24 expandiert jetzt verstärkt nach Amerika. Und für mich war es so, als Vendor und auch als Affiliate war Digistore lange, lange Zeit meine Nummer 1 Plattform. Und ich habe da auch nie was drauf kommen lassen. Aber leider, leider ist durch die große Expansion in Amerika ein bisschen der deutsche Markt gelitten. Das heißt, der Support ist eben bei Digistore nicht so gut, wie er zum Beispiel für mich bei Affiliacom ist. Da gibt es einige Probleme mit Digistore, auf die möchte ich hier nicht näher eingehen. Digistore ist immer noch eine meiner Top Plattformen und darum möchte ich sie euch auch empfehlen. Ihr seht hier auch, es sind über 5000 Ergebnisse bei Digistore auf dem Marktplatz. Also absolut empfehlenswert, absolut reibungslose Auszahlung, wie auch bei Affiliacom. Daher möchte ich Digistore auch zu meinen besten Affiliate Plattformen rechnen. Und ich will euch hier in diesem Video ja die besten Affiliate Plattformen für mich. Für mich persönlich in meinen über 15 Jahren Affiliate Marketing. Früher hatte ich nur amerikanische, denn es gab im deutschsprachigen Markt keine Affiliate Plattformen. Jetzt gibt es im deutschsprachigen Markt 500 Zahlen, die ich euch heute hier vorstelle. Zumindest 5, die ich absolut empfehlen kann. Also digistore24.com, digistore24.com, meine zweite Plattform, die ich euch als Affiliate absolut empfehlen möchte. Wenn ihr selbst Produkte habt, könnt ihr die auch bei Digistore einstellen. Ebenso wie gerade erwähnt eben bei Affiliacom. Ja, dann die dritte Plattform ist EloPage, die ich euch empfehlen will. Und auch hier kenne ich den Herausgeber. Auch hier kenne ich den Betreiber von EloPage persönlich, Tolga Öhnall nämlich. Und ganz ehrlich, es ist eine absolut empfehlenswerte Plattform. Auch EloPage kann man durchaus verwenden. Und auch auf EloPage verdienen mittlerweile viele Affiliates, viele, viele Tausende, Zehntausende Euro. So manchmal sogar sechsstellig und viele auch siebenstellig. Dann nämlich, wenn sie in Werbung investieren. Also ich kann EloPage ebenso wie Affiliacom und Digistore empfehlen. EloPage absolut super. Ich habe hier bei EloPage jetzt zum Beispiel kürzlich die Partner Marketing Days von Dirk Michael Lambert beworben. Absolut super gegangen. Absolut super gelaufen. Also auch EloPage ist für mich absolut empfehlenswert. Und in diesem Zusammenhang kann ich auch sagen, dass ihr auch in EloPage natürlich alles findet, was ihr braucht. Und ihr kommt auch hier weiter. Also das ist keine, ich sage jetzt nicht, das ist meine dritte Plattform. Wobei, wenn ich es so sehen will, dann ist es meine dritte Plattform, die ich euch empfehle. Also hat auch eine kleine Gewichtung. Aber wie gesagt, diese Gewichtung hat jetzt Bestand, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Kann sich durchaus ändern und kann sich auch für die Zukunft ändern. Wenn dir also dieses Video mit den besten Affiliate Plattformen gefällt oder du online Geld verdienen möchtest, meine besten Hacks erfahren möchtest und das Ganze kostenlos bekommen möchtest, dann empfehle ich dir heute hier diesen Kanal einfach online Marketing zu abonnieren auf YouTube. Und du wirst immer meine neuesten Videos bekommen. Du wirst Tutorials bekommen und du bekommst so viele Hacks hier von mir, wie eigentlich nur meine Coaching- und Mentoring-Kunden bekommen. Wenn du also Interesse hast, bitte abonniere meinen Kanal einfach online Marketing. Aktiviere die Glocke und gib mir vielleicht auf dieses Video ein Like, indem ich dir die besten Affiliate Plattformen erkläre. Weiter geht's mit CopCard. Und wir haben es schon. CopCard ist auch von jemand, den ich gut kenne. Er war früher der CEO von Saichiripur, ist jetzt Michael Klöpp, ist jetzt CEO von CopCard. Und CopCard ist auch eine Plattform, die noch nicht ganz so alt oder so lang auf dem Markt ist, wie auf Filikon oder Digistore, aber auch absolut empfehlenswert. CopCard hat sehr, sehr viele Produkte, auch mittlerweile draufstehen. Zum Beispiel Dirk Kreuter ist zu CopCard gewechselt, verkauft seine Produkte jetzt über CopCard. Und CopCard hat auch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele tolle Gadgets. Eines meiner, oder was bei CopCard nicht so schön ist, ist, dass du relativ eine umfangreiche Registrierung durchlaufen musst, die nicht ganz so einfach ist, vielleicht wie bei Filikon oder bei Digistore oder auch bei EloPatch. Ansonsten CopCard ebenso absolut empfehlenswert bei meinen besten Affiliate-Plattformen, die ich euch heute hier erkläre, mit dabei natürlich. So, und last but not least, eine Plattform, die den Markt von hinten aufrollen möchte. Momentan aber ein großer Nachteil, zumindest für den deutschsprachigen Raum. Sie sind aber dran, das zu ändern. Es ist noch alles auf englischsprachig. Und man hat mir zwar versprochen, dass es jetzt auch auf deutschsprachig geht, aber wenn ich hier draufklicke, finde ich Deutsch leider noch nicht. Das liegt auch daran, dass diese Plattform in Holland beheimatet ist und sehr, sehr viel im spanischsprachigen Raum und im englischsprachigen Raum macht. Aber ich habe mittlerweile sehr, sehr viele führende Persönlichkeiten von Hotmart kennengelernt und kann auch Hotmart nur absolut empfehlen. Ich habe unter anderem für die Voice-Tech Firma hier schon mal Affiliate-Marketing gemacht und die haben mit Hotmart zusammengearbeitet. Also auch diese Plattform für mich absolut empfehlenswert. Manko momentan, alles auf englisch, aber das soll sich, und das hat man mir versprochen, noch in diesem Jahr ändern. Und dann ist Hotmart sicherlich einer der ganz, ganz großen Anwärter auf einem Spitzenplatz hier bei mir. Auch für Vendoren bestens geeignet. Hotmart, meine fünfte Plattform. Also ich habe euch heute meine besten Affiliate-Plattformen erklärt. Ich habe euch Affiliate-Plattformen vorgestellt, Digistore24, ich habe euch CopCard vorgestellt und natürlich auch Elo-Page, so wie hier Hotmart. Ja, das war es für heute. Ich freue mich natürlich, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte ich um einen Like und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, nämlich einfach Online-Marketing. Dann bitte macht das und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue kostenlose Videos zu Tutorials oder zu Hacks und so weiter gibt. Und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Und wenn ihr mir hier ein Like gebt, freue ich mich natürlich umso mehr. Also das war es für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Ich bin Joschi Haunsberger und das ist einfach Online-Marketing.